Hi ihr Lieben, ich wollte mich nochmal melden, kurz bevor ich jetzt in Urlaub fahre. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich nach Rumänien fliege, zusammen mit meinem Freund zu seiner Familie. Und es geht jetzt am Samstag, ich denke heute, wenn ihr es seht, los. Ich bin schon schwer aufgeregt, weil ich ja auch zum ersten Mal fliege und bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe und ob ich wirklich alles beisammen habe. Und ich wollte mich nochmal bedanken für das tolle Feedback auf mein erstes Outfit-Video. Das war echt richtig schön zu lesen, dass euch das gefallen hat und dass ihr gerne noch mehr davon seht. Und ich freue mich immer noch total von euch zu lesen, wie es euch so geht mit dem ganzen Thema. Wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr sehr, worum es geht. Ja, also nochmal vielen Dank für eure vielen Kommentare und Nachrichten. Ich bin ja jetzt erstmal weg und deswegen werde ich hier nicht so einen Überblick haben, was hier auf dem Kanal so passiert. Ich habe Videos vorgedreht, die online kommen werden. Eins muss ich jetzt auch noch schneiden. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich werde auch die Kamera mit nach Rumänien nehmen. Jetzt nicht die hier, die ist ein bisschen zu groß und so. Aber ich habe noch eine kleinere, die nehme ich mit. Und ich werde mal gucken, ob ich was filme. Wenn es sich ergibt, dann mache ich das. Wenn nicht, dann nicht. Also ich gucke einfach mal. Ja, es kann auch durchaus sein, dass ich von Rumänien aus was hochlade. Muss ich einfach mal gucken. Ich bin bis zum 22. weg. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr denkt, ich bin verschwunden. Bin ich ja irgendwie, aber nicht richtig. Und in den Videos, die ich jetzt hochlade, sage ich noch so ein paar Dinge, die euch jetzt vielleicht komisch vorkommen. Wie zum Beispiel in einem sage ich, oh, ich fahre morgen zu Primark. Dabei war ich ja schon beim Primark. Also das könnte euch dann so erklären, dass ich das halt vorher schon gedreht habe. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich werde mit meinem lustigen Hut, der hoffentlich da nicht hochgeklappt ist, am Flughafen sein. Weil der leider nicht mehr in meinen Koffer passt. Also ich sehe dann aus wie so ein richtig krasser Tourist. Oh Mann, das wird peinlich, aber egal, da muss ich durch. Ich muss den Hut auf jeden Fall mitnehmen, weil ich will keinen Sonnenbrand auf dem Kopf kriegen. Ja, gut, dann verabschiede ich mich mal. Ich kleiner Tourist. Und wünsche euch schöne zwei Wochen ohne mich. Beziehungsweise viel Spaß mit den Videos, die ich schon vorgedreht habe. Und bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017